Heute ist der erste Advent und wir sind heute Modaus Hartke. Ihr könnt heute bei uns drei Gutscheine gewinnen. Einmal 150 Euro und zweimal 50 Euro. Wie ihr hier seht, sind wir in unserer Wohlfühl-Lounge, die wir im Zuge unseres Umbaus in der Herrenabteilung neu gestaltet haben. Ruft uns an, macht euch euren persönlichen Beratungstermin aus mit eurem Lieblingsberater und lasst euch hier eure perfekten Outfits für jeden möglichen Anlass zusammenstellen, ob es jetzt Freizeit-Business oder für eine Hochzeit ist, unser Modeberater, sucht euch das passende Outfit. Hier bei uns in der Herrenabteilung finden alle Männer hoffentlich das passende zum Anziehen und vor allem ihr Frauen findet das passende Geschenk für euren Mann. Und auch für unsere kleinen Gäste haben wir reichlich Auswahlen. Das Modaus Hartke wünscht euch jetzt noch eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das Modaus Hartke wünscht euch jetzt wieder an! Vielen Dank.